Hola amigos, wir sind heute zum Salud Natural gefahren mit dem Baby hier, mit dem kleinen Roller und wir möchten euch heute diesen speziellen Laden vorstellen und euch mal ein paar Produkte zeigen, die ihr, soweit wir das wissen, nur hier bekommt. Das hier ist keine bezahlte Werbung, das ist ein Tipp und ob ihr was damit anfangt, das bleibt bei euch. Ich mache euch jetzt erstmal das Geschäft. Das Schöne hier ist halt auch, dass es hier ist. Es gibt einige Sachen unverpackt, wie hier diese Nussmischung oder Mehl. Hier gibt es ätherische Öle auch in Bioqualität. Also einmal, was man ja sehr selten bekommt, ist eine gute Marmelade in Paraguay. Gut, im Sinne von schmeckt nicht zuckersüß. Hier kriegst du zum Beispiel Sin Asuka, also komplett ohne Zucker oder auch mit Steffian. Dann gibt es eine ganze Menge Tees hier und eben viele ätherische Öle und Ergänzungsmittel. So ein paar Randprodukte, die man nicht im Supermarkt bekommt. belongstätifste. Dämpfeste. 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 Wir haben den OPC, die eine Antioxidantie, die in den Wir haben auch eine Weizung von Chlorella mit Cilantro und Ajo Silvestre, das heißt Green Trio, das wir für die Prozess desintoxikationen benutzen. Wir benutzen verschiedene Antiparasitärer, wie wir den Chloves, von der Dr. Fulda-Clark und wir benutzen den Absintho, das ist ein Produkt naturales, das ist der Platt pura, so ist es natürlich und stark. Dann haben wir, zum Beispiel, die Kürkuma mit Pimenta Negra, der Turmeric, der Nym, eine sehr gute Antiparasitärer, der MSM, der Metilsulfonil Metano, dieses Produkt ist ein Produkt von Zürich, für die Ölgänzungen und die Hungen des Kürzelsen. Wir haben auch die Tintur, die Tintur, die Graviola, die Tintur, die Tintur, die Platt. Wir haben die Platt-Coloidal, in verschiedenen Bereichen. Wir haben die Zink-Coloidal, die wir auch benutzen. Wir haben die Platt-Coloidal und die Zink-Coloidal. Wir haben auch den Magnesium-Coloidal, und auch den Cobre-Coloidal, die wir in Gotas benutzen. Wir haben die Zink-Coloidal-Coloidal, die wir auch benutzen, Und wir haben auch jarabes, das sind extractos puros von planten. Das ist ein jarabe für den Sistema Digestiven. Das ist ein extracto puros von planten, mit einem Jugo von Aloe. Es gibt verschiedene Produkte, die man kann sich für den Tratungen benutzen. Und alles die Linie von Tinturas Naturale ist, zum Beispiel, wir haben auch den Orägen, wir haben auch den Läu, den Läu, den Propolio, das ist ein extracto von abeien, das ist auch sehr gut für die Gesundheit. Und einige Esenien, wie die Valeriana, die ist für den Insomium. Das ist auch die Hipertensivität. Wir haben viele Produkte, auch die Alimentation, wie die Mermeladas, das ist, dass wir genäu, die zweite Hälfte sind, das ist Eiergän von Tintur und die Einheit, die Ägänigkeit, das ist der Reihe und die Pfeilkampen die Güschel. Und man kann auch dieestrare Energie, die zum Beispielen Baganer, auf die Hälfte, die und Tintur, die Hälfte, die Gäste für die Gäste, die Mermeladas sind, wie man sich immer noch nicht genutig haben, um die Eierste, wie manche Zettung, Das ist eine sehr gute Marke, eine Brasile, sehr gut für Konsum. Wir haben verschiedene Produkte, die Sie finden hier in Salon Natural.